Was hat die Aktion Goldesel gebracht? Die Anzahl der rechten Post auf meiner Facebook-Seite hat rapide abgenommen und bis heute Abend haben wir bei diesem digitalen Spendenlauf roundabout 500 Euro eingenommen. 500 Euro für die Hilfe für Flüchtlinge, 500 Euro für eine weltoffene Gesellschaft und deswegen spende ich jetzt 500 Euro für Pro Asyl. Danke an alle, die sich beteiligt haben. So kann man aus Mist Geld machen.